ja hallo heute möchte ich mal ein paar worte zu jürgen saladins video wissen video marketing wissen sagen ich habe mich gerade mit ihm unterhalten und ich habe selbst einen youtube kanal habe selbst einige videos und habe auch eine menge besucher drauf eine menge klicks darauf und so weiter doch was ich jetzt vom jürgen bekommen habe das war schon echt klasse hat mir wirklich ein paar echt wertvolle tipps gegeben richtige knallertipps was ich noch umsetzen kann um einfach hebelwirkung zu erzielen und deswegen kann ich nur jeden empfehlen wer mehr mit videos machen möchte ja sich das wissen vom jürgen anzusehen vom jürgen saladin ich bin schwer begeistert obwohl ich schon wirklich eine menge wusste deswegen ganz großen daumen hoch für jürgen sein wissen und viel spaß damit